Boah, wenn ich eines nicht leiden kann, wenn mich eines massiv nervt, dann ist es Kabelsalat. An jedem Weihnachtsfest ist es das gleiche, wenn man gerade gute Laune hat und den Christbaum schmücken will und dann feststellen muss, dass sich die Lichterkette gnadenlos verheddert hat. Und man braucht viele Stunden, um den Kabelsalat wieder auseinander zu friemeln. Oder Kabelsalat, wenn man kurz vor dem Rasenmähen feststellt, dass sich das Verlängerungskabel einfach völlig in einem unerträglichen Zustand befindet und ein Knoten nach dem anderen darin ist. Und zwar Knoten, die einem viel Zeit rauben und die Geduld. Und wissen Sie, wenn ich zu Konzerten unterwegs bin und da ist die Aufregung dann sowieso sehr groß und dann muss man die Verlängerungskabel erst einmal ordnen und entzerren und die ganzen Knoten da rausbringen. Ich sage es noch einmal, ich finde es furchtbar und es nervt mich massiv. Wie ist das im Leben?